Früher wusste ich gar nicht, dass Bratislava existiert. Nun lebe ich hier schon seit einigen Jahren und habe mittlerweile festgestellt, dass es eine einzigartige mitteleuropäische Stadt ist, die das Beste von Europa vereint. In jedem Lokal findest du gutes Bier und auf der wunderschönen Donau kannst du beliebige Fahrten unternehmen. Und weißt du, was total unglaublich ist? Den dann komm in die 72 Stunden statt und genieße sie.